Hey Leute, ich habe mir endlich mal so eine Handyhalterung geholt von Ram Mountains. Ich habe lange, lange, sehr, sehr lange gezögert, aber ich habe es mir jetzt geholt, weil diese Halterung soll mitunter die beste oder einer der besten sein. Ich habe hier ein sehr, sehr schweres und dickes Handy. Das ist so mein Outdoor-Handy, ja. Und das ist wirklich extrem dick und groß und trotzdem wird die richtig gut und stabil gehalten. Es gibt zwei verschiedene Größen von denen. Ich habe natürlich die größere Größe genommen. Von der Wertigkeit, von der Materialien her sehr, sehr gut gearbeitet, aber ich muss auch sagen, der Preis ist auch gut. Das Handy ist halt schnell montiert, zack. Dann kann man es noch so arretieren, wie man möchte. Und es ist genauso schnell wieder abgenommen. Hier haben wir das gummiert, ja, also damit es rutschfest ist. Und hier haben wir halt so Weichgummi. Und ich muss auch sagen, was Vibrationen angeht, ich bin damit heute auch schon gefahren, was Vibrationen angeht, wird gut was weggedämpft, ja. Also ich sehe das Handy jedenfalls nicht vibrieren. So Mikrovibrationen kommen bestimmt aber an. Deswegen benutze ich halt mein Outdoor, ich sage mal in Anführungszeichen Budget-Handy und nicht mein Smartphone. Mein iPhone würde ich jetzt zum Beispiel nicht da dran tun, weil die Kamera eventuell darunter leiden könnte, beziehungsweise die Stabilisierung der Kamera. Ja, also ich habe mir jetzt auch nur, ich zeige euch das mal, also nur dieses Mount geholt, also diese Halterung. Dieses ganze Apparat, das hatte ich vorher schon von Insta360. Und das passt perfekt, es ist glaube ich sogar dasselbe Teil, ne, nur halt anders vertrieben. Und ich muss sagen, es passt perfekt und dasselbe Teil, wie gesagt, könnt ihr auch von Ram-Mounts kaufen, X-Grip. Und es ist halt stabil, ne, und das könnt ihr halt auch anderweitig benutzen, ne, für Action-Cams oder alles mögliche. Ich habe jetzt nur für diese Halterung mit Kugelaufnahme knapp über 40 Euro bezahlt. Dieses ganze Komplex kostet um die 100 Euro, meine ich. Recht teuer, aber vom ersten Eindruck her macht das alles wirklich einen sehr sauberen und guten Eindruck. Ja, und man kann es dann halt auch verstellen, wie man mag. Man kann es dann halt quasi so hinstellen oder man so hochkant oder man kann es natürlich auch so hinstellen, ne, wie man halt lustig, lustig ist. So wäre vielleicht besser oder angenehmer, ne, je nach Geschmack halt. Und wenn es dann halt festgeschraubt ist, kann man es dann halt immer noch trotzdem ein bisschen fein justieren. Ich finde es super, ich finde es richtig, richtig gut. So sieht das dann auch aus, ne, wenn man es nochmal so fein justiert. Gut, wenn ihr einen Langzeittest von dieser Halterung haben wollt, dann macht einfach einen Daumen hoch, dann habe ich das Feedback, dann weiß ich Bescheid. Okay, ihr wollt das sehen. Dann würde ich auch noch so einen Langzeittest von dem Gerät hier machen. Also, er ist Eindruck gut. Ich weiß auch, dass es so Einzelteile, diese Gummiteile zum Beispiel, die kann man nachbestellen. Ähm, und so weiter. Und so fort. Alles klar, Leute. Kurze Vorstellung im Grunde einfach nur. Ich bin jetzt gerade am Fahren und ihr seht, ein bisschen, äh, Vibration kriegt das Handy auf jeden Fall immer ab. Das kann man nicht komplett vermeiden. Äh, wollte ich euch noch sagen, aber an sich, während der Fahrt ist das Handy, ist das Handy stabil. Und ich muss sagen, dieses Smartphone ist wirklich fett, schwer, sperrig. Und es wird trotzdem hervorragend gehalten, ja. Im Hochformat oder auch im Querformat. Von daher, äh, kann ich heute, zumindest heute, äh, nur Positives, äh, über, über, äh, dieser Handyhalterung sagen. Vielen Dank.